So, hier haben wir noch 15 Aoki Tosei. Die Kreu sind zwischen 22 und 25 Zentimeter groß, bereits. Die sind ganz gut gewachsen, sind mit 16, 18 gekommen. Da haben wir schon gute Bades aufgebaut, die meisten. Schöne Farben. Also ich werde noch der Tosei sucht von Aoki. Die 15 Stück, wie gesagt, werden noch zu verkaufen.